happy bürste so viel cool skype beste schatz aber gut happy bürste schafi der javid schanzer happy bürste naricho naricho happy bürste ohima popo sal happy bürste reihe kumo und ich bin mal wieder auf free fire viel spaß ich habe die musik angelassen so ein mist jetzt weiß ich aber auch wieder warum also ich bin als nummer eins vorgeschlagen worden steht da unten links als bester spieler ich habe angst warum ich was gerade eigentlich sagen wollte war ich weiß jetzt warum ich free fire nicht mehr gespielt habe dadurch dass ich free fire auf auf plusdeck habe gehen jetzt viele andere spiele nicht mehr so sprich ich weiß nicht was da so der haken ist an dem spiel aber irgendwie kann ich nicht ganz viel spiele spielen ja weil gesagt einmal jetzt ein fehler bei spiel da habe ich es gestern runter geschmissen da mal wieder alles okay so wie herr der ringe konnte ich gestern gespielt ich höre noch einmal schnell hier in der halle rein ich höre noch mal wieder 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 rein Oh, Fußbälle! Ich höre, die Leute läuft, jemand weiß, dass man... Hier ist eine Knolle hier, ich höre was... ... ... ... ... ... ok hier drin bin ich fertig schau mal kurz wo bin ich da bin ich na doch passt ja fast die mitte wo ist denn die person dass sie genau dahinter stand oh ok 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 Oh nicht. ich muss mich erst mal verbinden klein machen verbinden warum schießen zwei machen wir doch damit oder nicht ich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schieße ich denn hin? Hier vorne links steht einer. Nein. Das war so gut gewesen. Ah ja, klar. Bis gleich. Nächste Runde. Battle Royale. Battle in style. Okay. Und gerade hatte ich eine Runde gehabt. Bin gelandet. Da kam einer mit dem Gewehrzeugzeug und hat gesagt, tot war ich. Ganz schnell. Ja, vielleicht noch nicht mal eine Minute lang die Runde. Ja, okay. Mit dem Unterspringen doch eine Minute ungefähr. Aber am Boden war ich nur ein paar Sekunden. Dafür stehe ich auch manchmal nicht. Wie kann es sein, dass manchmal die Leute schon so schnell was haben? Ah, da. Ah, da. Die Fabrik. Da müssen wir hin. Komm mal, wir fliegen in Kraftwerk rein. Wir gehen zuerst zu einer Level 1 Truhe. Dann haben wir alles. Weil hier steht immer eine Truhe, deswegen richtig nice, wenn wir hier landen. Da hat man schon mal so eine kleine Grundaufsrüstung. Dann einmal hier herumlaufen. So was ist gerade bei mir. Gelandet, vorgegangen, auf einmal stand einer. Bum, 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 tot live. Nichts zum 1er werden. Hier war ein bisschen. Da war ich ja schon. Da ist eine Drohne, die sagt mir, ob jemand hier daneben steht. Das sagt natürlich auch dem Feinden, ob ich deiner Nähe bin. Ja, dass ich deiner Nähe bin. Ah, der hat Einzelschuss. Also nochmal, die andere. Oh, da, Pilze. Oh, da, Pilze. Die sind gut. Die geben mir extra EP. So, dann war alles hier eingesammelt. Dann gehe ich mal kurz ins Zelt rein. Da bin ich ein bisschen mehr geschützt. Und ich schaue mal auf der Karte, wo ungefähr die Mitte ist. Nach links. Also da, wo der ist. Da ist mir die Mitte. Wie im Side, also schleichen wir. Was ist der, oder? Ja. In dieser Richtung. Jetzt bin ich draußen. Dann ist mir das Gewehr ein bisschen besser. Keiner bei mir in der Nähe. Das ist gut. Da rechts steht noch einer. Oh, hier ist alles voller Leute. Oh, hier ist alles gut. Oh, hier ist alles gut. Meine Güte noch. Schnell verbindend. Das war's. Das Laden. Kommt noch einer. Oh, Serato. Das war's. 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 Das war's.